Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Spintires mit dem Glicky. Hallo. Hallo. So, haben sie angenommen? Nein. Ich bin noch am Baum. Ich stehe direkt hinter ihm. Also. Wir brauchen erstmal ein bisschen Abstand, sonst bringt es ja nichts, sonst können wir uns ja nicht ziehen. Ja, Stachel, du kamst nicht weiter. Oh, 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 oh. Jetzt ist es nicht so weit müssen sie jetzt noch nicht fahren. Jetzt nehme ich es mal an. Zack und jetzt können sie ziehen. Zieh, 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 zieh. Über den Berg nicht, dass wir kippen. Okay, jetzt zieh ich nicht mehr, jetzt fangen wir so weiter. Mhm. Wir fahren nur in der Ense, ne? Jawohl. Ne, ich hau mal die ins Plus rein. Ne, die habe ich wiederum nicht. Doch. Ja doch, aber ich komme nicht drauf. Ne, jetzt hängt er auch. Dann wird der Ense. Weiterfahren, 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 weiterfahren. Wunderbar. Ne, das ist ja zu. Ne, wir kommen schon voran. Geht halt langsamer, wir kommen voran. Er neigt sich also auch ein bisschen zur Seite. Farger Seegang, ja. Ja, ja. Da haben ganz schöne Wellen. Das ist richtig. Und bin dran. Naja, will ich ja auch, dass du mich schiebst, genau. Schieben tue ich da doch nicht. Wenn du die jetzt windest, die ganze Zeit fiesst. Ach ne, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, dann muss ich mal kurz abhängen. Machen wir kurz abhängen, ha. Und ich wähle dich. Ich komme hier auch. Wenn ich hier in Richtung Ufer mache, komme ich auch voran. Jetzt hänge ich an dir dran. Wenn du musst du Richtung Ufer lenken ein bisschen, dann kommst du raus. Bin ja schon dabei. Guck, wie er sich da hocharbeitet. Wie ein Mann. Wenn man ja längst überholt wird. Aber die zwei Bäume haben wir zack platt gemacht. Seht sie? Seht sie nicht? Mein Holz ist so. Den. Also, den liegen rechts von ihnen. Ins Blösenhai. Vorwärts, vorwärts. Und da hängt er wieder fest. Warum sagen sie mir nicht, dass das hier schlammig ist? Das ist überall schlammig. Die komplette Region wird jetzt, ist nur noch aus Schlamm. Hey. Alles klar? Wo gehst du hin? Du sollst nach vorne klotzen, Junge. Ich klotz auch nach vorne. Ich wollte dich eigentlich anschieben. Aber ich bin scheinbar zu weit rechts von ihnen. Banschi. Bevor er erstmal das Zentrum in uns hält. Nein. Da drüben kann ich mich nicht festmachen. Ich kann mich auch nirgendwo festmachen. Da drüben ist ne Türke. Ne Türke, hm. Ne Türke, hab ich gesagt. Hör sie zu. Ja, scherz, ja. Da kommen wir im Problem. Gegenseitig angenehm. Jetzt grebst du dich auch noch rein. Ja, das ist richtig. Warte, mach mal auf der Automatik raus. Machen wir hier einen Höhunggang 1. Das spürt den Schlamm vor sich. Ja, das ist richtig. Wir müssen irgendwie versuchen, entweder weiter nach links oder nach rechts zu kommen. Ich zieh dich ja erstmal heran. Dass du hier die ganzen Bäume zur Ausfall lässt. Der ist da, wa. Ja, gehen wir mal kurz in den Rückwärtsgang. Sorry. Warte, vielleicht komm ich jetzt schon in den Baum rein. Versuch's mal. Uh. Ganz schön genebelt hier. Da war mein Bild besser geworden, ja. Ich kann sie nochmal dran. Weil wir müssen... Da wo mein Auto jetzt steht, das siehst du doch, oder? Ja, links rum, richtig. Wir müssen links rum. Wir können nur rechts rum durch das Gewirr, aber links rum ist besser. Also, ich habe keine Blockstelle mehr, oder? Nein, nein, achten Sie. Doch, Glück. Nein, doch, Glück. Das stimmt. Da geht nicht so viel voran. War nichts mehr gerade. Ah doch. Versuch's nochmal, mich bissl näher an die Birke zu postieren. Ja, oder ich fahr einmal noch ein Stückchen weiter vor. Ja, oder wollen wir ewig. Wieso? Wenn ich mich so fest mache und ziehe an einem festen Stand, kommst du immer ein bisschen besser weg. Ja, ist richtig. Jetzt zieht's den Baum, wo ich fest bin, aber ran. Es ist aber nicht so gut. Und dann müsste er wieder trocken sein, oder? Nein, das ist alles der ganze Schlammpartie hier. Was wird besser? Ja. Ja, das ziehst du mich hier sogar weg. Also, von rückwärts. Also, ich komme nur vorwärts. Das drüben ist noch ein anderer Baum. Ich versuche mir jetzt noch diese kleine Strecke noch zu ziehen. Moment. Ja, komm an. Ja, komm an. Ja, komm an. Ja, komm an. Hm? Jetzt will ich noch. Ja, komm an. Ja, komm an. Ja, komm an. Ja, komm an. Ja, wir sind noch ein paar neue Zelte. Und hier gräbt er sich nur fest, oder? Ja, komm. Ne, ne geht schon weiter, geht schon weiter, geht schon weiter. Fester Untergrund. In Anführungszeichen. Aber musst du gucken wie die hier am Blinden... Naja, pass auf, hier ist es halt schräg. Das passt zu mir. Hm, das ist richtig. Die meisten Leute finden mich schräg. So, eins bloß, ach man. Einmal voll hinten rein. Ich hab's gehört. Die schönen Scheiben alle im Arsch. Jetzt muss er sich aber wühlen. Uiuiui. Hier ist das schon mal kurz. Dann haben wir hier die Kreuzung, dann dort, dann dort, dann dort, dann hier lang. Ja, da ist es schon mal. Was ist das? So, den Spliss neu. Langsam, man merkt halt genau, da dreht er dann ein bissel über sie hinaus. Alles? Beweilt, wieso aber es tut sich? die ins große pätze Es ist noch weit. Hmm bis zum anpunkt 70 meter von mir und dann noch ein paar meter vor 100 meter vielleicht noch. Oh das jetzt nicht machen darf. Aktion deaktiviert. Oh. Wir müssen halt gucken wie du es am dümmsten machst. Gerade rüber oder rechts rum? Na ja rechts. Es kommt halt auf die Schräge halt an. Und hier hing ich vorher auch. Hier hänge ich jetzt zum Beispiel auch. Ja aber wir müssen hier rechts rein. Ja 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 da wo es ran wird. Genau. Jetzt hänge ich schon so. Muss immer leicht anfahren und wieder liegen lassen. Jetzt kommt er. Ja. Ich seh schon das ist schräg. Ich fahrs mal gerade rüber und dann schlag ich hart ein. Jetzt ja. Voll einschlagen und dann muss ich schön reinkommen. Ähm. Du hast ja von dir noch links den Boden. Ne da kommst du jetzt nicht weiter. Brauchst du links den Boden. Brauch ich links den Boden sagt er. Ja. Aber scheiße so. Jetzt zieh ich mich nur sinnlos rüber. Ja. Och. Jetzt wie dumme Gedanke. So. So lange ist das hier fester Untergrund. So. Knabe Sache. Dann sind wir schon fester Sprit ausgegangen. Jetzt wird mir noch was gekriegt. Hm. Oh jetzt kippt er. Genau. Ach. 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 nett. Du tust ja diesmal viel romantischer. Naja. 9.16km gefahren. 9.7km Was 0.47km? Du bist eh flieg. 9.47km. Du hast bestimmt auf der Map gebraucht. Naja. 119km. Hmhm. Oh naja geht. Ich lasse dich retten lassen. was mal retten lassen ja gut weil ich halte das habe ich doch nur zu viel ja ja zurücksetzen und fertig das ist richtig so vorne mal zwei minuten kürzer so ist das problem das haben wir uns im nächsten part wieder wenn ihr mögt da geht es dann nämlich auf lasst mich suchen private lobby dann geht es auf bergab das wird interessant weil das ist auch ich weiß gar nicht das sind auch zwei ziele in dem sinne bis zum nächsten mal tschüss